Geld machen? Stoppen Sie Ihre persönliche Finanzkrise. Geld machen? Möchten Sie das auch als Selbstständiger oder als Angestellter? Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie das schaffen. Geld machen in Ihrem Traumjob? Ist es das, wovon Sie träumen? Nun, dann ist Ihnen klar, dass Sie nicht als Einziger diesen Traum haben. Aber dieses Buch liefert Ihnen raffinierte Methoden, mit denen Sie es schaffen, als Einziger diesen Traumjob tatsächlich zu bekommen. Geld machen mit einer eigenen Firma? Auch eine gute Idee. Nur brauchen Sie dafür nicht Bankkredite. Nein, was Sie brauchen, ist das Know-how aus diesem Buch. Dann nämlich können Sie sich Kredite sparen. Was für ein fantastischer Ratgeber. Wenn Sie richtig Geld machen wollen, ist dieses einzigartige Buch genau das Richtige. Wussten Sie, dass in Deutschland etwa 30 Millionen Menschen keine Arbeitsstelle haben? Offiziell wird das natürlich verhemd und bestritten. Aber glauben Sie es ruhig. Derart viele Menschen würden gerne etwas tun, bekommen aber keine Arbeit. Auch wenn die offiziellen Statistiken den Deutschen etwas anderes vorlügen. Diesen Menschen, aber auch allen anderen wäre geholfen, wenn Sie Geheimnisse des Geldmachens lesen würden. Denn hier finden Sie auf jeder Seite pures, wertvolles Know-how rund um das Thema Geld machen. Sie werden ausgekochte Methoden kennenlernen, um Ihren Traumjob zu ergattern. Und dabei Ihre Konkurrenz locker ausstechen. Oder wenn Sie gleich als Unternehmer durchstarten wollen, zeigt Ihnen dieses Buch, wie Sie ohne Bankkredit genügend Kapital aufbringen, um Ihren eigenen Firma richtig Geld machen zu können. Und außerdem erraten Sie überdies zukünftige Geschäftsideen. Verlassen Sie sich bloß nicht auf den Staat oder andere, wenn Sie mehr Geld machen wollen. Der Einzige, der es wirklich gut mit Ihnen meint, sind Sie selber. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Und auf dem Videokanal direkt unter diesem Video finden Sie den direkten Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher – Untertitelung. BR 2018